Guten Abend, liebe Leute. Der Tag ist quasi vorbei und ja, ist so ein bisschen was, was die wenigsten passiert. Ich habe Handballspiele geguckt, ich habe ein bisschen gestreamt, was sehr viel Spaß gemacht hat heute. Wirklich sehr viel Off-Rays gespielt, bisschen random gespielt und so. Das ist auf jeden Fall gut gewesen, hat mir ein wenig Freude bereitet und mir mal wieder gezeigt, ja, ich habe zu wenig gestreamt den ganzen Monat, also wirklich. Ich habe jetzt, das war ja der, in den letzten 30 Tagen habe ich jetzt glaube ich 5 Streams, was viel zu wenig ist. Deswegen hoffe ich, dass morgen mein Detail wieder funktioniert, denn das ist jetzt gerade ein Problem. Ich kam nach Hause und hatte dauernd Disconnects und jetzt gerade ist die Geschwindigkeit wieder runter geregelt, damit das Ganze wieder konstant läuft, aber trotzdem kann ich damit halt jetzt so nichts streamen. Immerhin kann ich ein bisschen Filme, Streams und sowas gucken, aber das sollte sich hoffentlich bis morgen regeln, denn sonst wird das nichts mit Div 1 streamen, was sehr ärgerlich wäre, dann würde ich es wahrscheinlich einfach aufnehmen und auf YouTube hochladen oder sowas, I don't know. Aber it is what it is, deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr so viel Quatsch labern und euch nur sagen, hey, wenn ihr Ergebnisse habt, könnt ihr die gerne einschicken. Morgen ist wieder Ergebnis Daily und ansonsten gibt es morgen Abend Repair Liga mit Morgan und Oskar. Das kann ich euch jetzt sehen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, kommt gut in den Sonntag und haut rein. Bis dann! Bis dann!